Wie wir das angefangen hatten, hatten wir wirklich eine Vision, es war ein Traum gewesen. Viele sagen ja, Träume sind scheiße, träumen wir weiter, aber meine Überzeugung ist, dass wenn man wirklich keine Vision hat, das nicht aus dem Herzen macht, wird das nichts. Dieses Team zusammen, dieses Gefühl, eine Mannschaft zu sein, eine Einheit, eine Familie. Weil der Teamzusammenhalt gut ist, ja, dass die Energie, die vom Team ausgeht, umgesetzt wird, sich auf jeden überträgt, ja, und einfach, jeder steht für jeden da. Es gibt keine Augen. Sparta! Wer sind denn die Feierbiester bei euch in der Mannschaft? Ja, die Feierbiester, würde ich klar die Defense sagen, die Offense trinkt mehr Spezi. Ich denke, wir sind auf dem besten Weg. Die Leistung spricht ja für sich. Und Oberliga, denke ich. Die ziehen wir ab. Da gehen wir weiter durch. Ja, ich denke, wir sind auf dem besten Weg. Ja, ich denke, wir sind auf dem besten Weg. Ja, ich denke, wir sind auf dem besten Weg. Ja, es kommt sehr, 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 sehr hoch und sehen Sie, beim nächsten Mal. Ja, wir sind auf dem besten Weg. Ja, bei uns, wenn wir sind, Kardal nicht, können wir garキ tit pitched wie Pθε Ab striktur... Vielen Dank.